Willkommen zurück, also ich hab's jetzt geschafft nach, keine Ahnung wie vielen Versuchen. Also jetzt fehlt nur noch das scheiß Pfefferminzblatt und das muss man jetzt so lange rühren, bis der Trank goldgehebt wird. Was auch immer goldgehebt heißt. Damit ist das Stärkungselixier fertig. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. Ich hab's geschafft. Mein erster Zaubertrank. Ja, Wahnsinn. Kann ich das... So viel Aufwand für eine kleine Fiole mit Stärkungselixier. Laut Rezept soll es einem übermenschliche Kräfte verleihen. Ich wäre schon mit menschlichen Kräften zufrieden, aber ich trinke das Zeug nicht, wenn es nicht sein muss. Das ist noch die Frage. Gut, dann... So, das Stärkungselixier gebaut. Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich aber wahr. Ihr nehmt. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit zwei Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. Tja. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Okay. Ich habe einen ganz tollen Zauber gefunden. Ich werde ein Kaninchen aus einem leeren Zylinder herbeizaubern. Mir wäre etwas mit Schafen lieber, aber von mir aus. Also gut. Sie werden Augen machen. Gut. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Zumindest akzeptiert. Die sind Zauber. So. Also das Kaninchen habe ich. Jetzt fehlt noch der Zylinder. Ja. Der ist hier unten. Gab es hier jetzt noch was? Ja, die Lumber. Ja. Oh. Ach so. Ah, da ist Herr Zylinder. Wen hat er da jetzt eigentlich? Was... was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach... großartig. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke. Mit Sicherheit. Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Mir fallen da auf Anhieb tausend gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Bestimmt. Gut, dann steig mal ein. Was? Ähm... Ähm... Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn zu lange halten? Gerne doch. Aber gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich. Nun mach schon. Großartig. Diese Dunkelheit. Diese Stille. Das musst du ausprobieren. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur. Wir brauchen Kanonen. Wenig später. Ich hoffe, nun ist er glücklich. Ja, gut. Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Ja, könnte ich mir vorstellen. Kann ich jetzt hier... irgendwelche Sachen klauen, vielleicht? Ich habe die Seite mit meinem Namen aus dem Buch herausgerissen. Ich hoffe, der Tod bekommt keinen Ärger. Naja, gut. Wenn es hier sonst nichts gibt. Ja, dann... Zum Wuppermann. Hallo? Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Nun, ganz einfach. Kann ich... Schauen Sie! Hier ist das Kaninchen für den Zauber. Und auch noch ein weißes. Das ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Zylinder. Äh, also irgendwie hat er das Aufnahmeprogramm ein bisschen Probleme. Deswegen, äh... Gibt es einen Schnitt und jetzt geht es hier weiter. Ähm... Ja, Zylinder. Ich habe den Zylinder für den Zauber. Ich musste ihn den kalten Fingern des Todes entreißen. Sozusagen. Naja, Hauptsache wir haben alles. Komm hier rüber, stell den Zylinder auf den Tisch. Leg das Kaninchen rein. Mhm. Mhm. Jetzt lege ich ein schwarzes Tuch in den Zylinder. Das noch hier rüber und... Fertig. Wie du siehst, ein leerer Zylinder. Mhm. Aber... Du musst viel mit den Armen herumfuchteln und so weiter. Die Zuschauer dürfen sich den Zylinder nicht so genau ansehen. Dann sprichst du einige Beschwörungsformen und machst viel Primborium. Eine hübsche Assistentin hast du wohl nicht, oder? Ist das nicht... Wenn die Spannung am Wedepunkt angeleift ist, dann... Tada! Ziehst du das Königchen aus dem Zylinder? Aber achte darauf, dass das Tuch im Hut bleibt. Sonst fliegt der ganze Trick auf. Tiemlich clever, oder? Das ist Betrug und überhaupt keine Zauberei. Ähm, natürlich nicht. Es sieht aber so aus. Aber... Aber... Ich wollte doch einen echten Spruch lernen. Bist du verrückt? Das dauert Monate. Ich... Ich kann mir mein Diplom doch nicht mit so einem Trick ergaunern. Ach was. Du hast gesagt, du willst Diplom-Magier werden. Und du hast gesagt, dass wir schnell gehen. Das ist deine einzige Chance. Was bleibt mir anderes übrig? Eben. Viel Erfolg bei deiner Vorstellung. Oah. Ich geh dann mal. Ja. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen bist. Bis dann. Hoffentlich nicht. Das Kaninchen verstecke ich bei meiner Vorführung unter dem schwarzen Tuch am Boden des Zylinders. Ich... Komme mir so schäbig vor. Verständlich. Gut. Dahin zurück. Dann da hin. Und den Trick vorführen. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich würde Ihnen gern den Trick... Den Zauber vorführen. Ich bin gespannt. Wie Sie sehen, ist der Zylinder völlig leer. Ja. Ähm... Hex-Hex? Häschen? Fantastisch. Gut. Du hast das Kaninchen im Zylinder fast in ein Schaf verwandelt. Das ist... Außergewöhnlich. Fast... Unmöglich. In dir muss erheblich mehr Magie stecken, als ich jemals gedacht habe, Wilbur Wetterquartz. Ist das hässlich. Danke. Aber ich hatte auch einen tollen Assistenten. Ja. Ich bin sprachlos. Du bist der erste Gnom seit Jahrzehnten, der zum Diplom-Magie ernannt wird. Und du hast die Prüfungen schneller abgelegt, als jeder andere vor dir. Was ist dein Geheimnis? Jemand Kluges... Machen wir mal das. Ich glaube, dass ich alles erreichen kann, wenn ich nur an mich glaube. Ja? Du könntest fliegen wie ein Vogel, nur weil du an dich glaubst? Naja... Das vielleicht nicht. Aber genau das hast du getan. Du hast etwas Unmögliches geschafft. Vielleicht hatte ich Glück. Oder es war Schicksal. Wie auch immer. So unglaublich das ist. Du hast alle drei Prüfungen bestanden. Warte mal. Magierdiplom für Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Da wird mein Bruder aber Augen machen. Ihr Bruder? Der Erzmagier. Der Erzmagier ist ihr Bruder? Ja sicher. Er hat immer daran geglaubt, dass sich unser düsteres Schicksal wenden lässt. Und langsam kann auch ich wieder daran glauben. Du hast mir Hoffnung gegeben, Wilbur Wetterquarz, weißt du das? Nichts kann dich aufhalten. Das soll mir ein Vorbild sein. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, komm zurück. Du hast hier einen Freund. Nun geh schon. Du hast lang genug gewartet. Gib meinem Bruder, was du ihm geben willst. Jetzt sieht das wenigstens nach einem Zauberer aus. Ja was? Psst, Wilbur. Hallo Herr König, guck mal. Ich bin Diplom-Magier. Ich habe dir doch gesagt, dass du es schaffen wirst. Wir sind alle so stolz auf dich. Danke. Unsere Arbeit hier ist getan. Wir sind alle wohlgenähert. Ich denke jetzt heißt es Abschied nehmen. Hm, ihr wollt raus aufs Land. So ist es. Aber wenn du willst, kannst du uns ja besuchen kommen. Meister Wilbur Wetterquarz wird bei uns Ratten immer willkommen sein. Auf Wiedersehen, Wilbur. Bis bald. Mal sehen. Hm, nein. Mehr ist nicht drin. Ich lege die Fahne in den Eingang. Sehr gut. Es ist schwierig, wenn man Verbündete hat, die sich in der Stadt gut auskennen. Alles klar. Sollte man vielleicht den Tod wieder ausgraben? Na, egal. Hey, Stadtwache. Schau dir das mal an. Du darfst mich ab sofort Meister Wetterquarz nennen. Und ich will nun sofort den Erzmagier sehen. Na, keine blöde Antwort. Haha. 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 Ich will. Ich will nun mal die Magierkleidung. Euer Ehren. Dies ist Meister Wilbur Wetterquarz. Ein Diplommagier und damit Mitglied eures Ordens. Unfug. Ich kenne alle Magier in diesem Land. Aber, es stimmt. Ich habe heute mein Diplom bei eurem Bruder gemacht. Meister Markus. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Hint fort, Gnom. Aber ich soll euch etwas geben. Einen Ring. Einen Ring? Von wem? Von einem Gremlin. Er stürzte mir gestern im Weißkammgebirge vor die Füße. Er gab mir diesen Ring und sagte, der könne den Krieg entscheiden. Hm. Meister Gellister, ich wende mich in ebenso großer Eile wie Furcht an euch. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unser aller Schicksal... Ich weiß, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet. Ihr kennt natürlich die Geschichten, euer Durchlaucht. Ein legendäres Artefakt von der Göttin des Schicksals und der Vorhersehung persönlich erschaffen. Ein außerordentlich kostbares und gefährliches Ding. Denn seinem Träger ist das Glückhold. Alles, was er versucht, wird ihm gelingen. Alles, was er begehrt, wird er erhalten. Sein Schicksal wird sich immer und zu jeder Zeit zum Guten wenden. Eine wahrhaft fürchterliche Macht. Eine göttliche Macht. Denkt nur, sie würde dem Feind in die Hände fallen. Ich habe herausgefunden, dass das Artefakt auf einer kleinen Insel namens Sordia in einem Tempel versteckt ist. Ihr müsst es finden und sichern. Ihr müsst! Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das war er. Das war der Gremlin, der von diesen finsteren Typen auf dem Drachen fortgebracht wurde. Schatten? Die Schattenarmee hat diesen Gremlin gefangen genommen? Sir, wir müssen sofort alles und jeden zu dieser Insel schicken. Jedes Schiff, jeden Greif, jeden... Genug. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wir wissen nicht, welche Informationen die Schatten schon haben. Und wir dürfen sie nicht auf die richtige Spur bringen. Nein, Sir. Aber wenn Sie den Gremlin haben, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis... Die Insel Sordia. Wo zum Teufel soll das sein? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ich werde die Stadt für einige Tage verlassen. Ich muss im Archiv nachforschen. Aber in den Archiven von Seefels gibt es jede Menge... Schweigt, Wächter! Ich werde eine Gruppe vertrauenswürdiger Mitstreiter zur Insel schicken, sobald ich sie ausfindig gemacht habe. Und ihr... Ein Wort von dieser Botschaft. Nur ein einziges Wort zu wem auch immer. Und ich werde euch zu feinem Pulver zermahlen. Ist das klar? Na, natürlich. Klar ist das klar, Sir. Geht. Lasst mich mit dem Jungen alleine. Und lasst niemanden, ob Magier oder nicht, hier herauf. Verstanden? Verstanden, Sir. Und ihr, Meisterwetter... Dings. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Wetterquart, Sir. Danke. Mein Opa wird mir die Geschichte kaum glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Das... Das dürfte sobald nicht möglich sein. Du musst hier bleiben und die Stellung halten. Ich will, dass du dich auf eine kleine Expedition vorbereitest. Du und zwei Freunde. Ihr sollt das Artefakt holen, sobald ich die Insel ausfindig gemacht habe. Aber wenn es um etwas so Wichtiges geht, sollten da nicht doch lieber erfahrene Schatzsucher... Ach was, Blödsinn. Dich kennt niemand. Für den Feind existierst du nicht. Du wirst keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist unsere wichtigste Waffe in dieser Angelegenheit. Bevor der Feind überhaupt weiß, was vor sich geht, seid ihr schon längst wieder zurück? Aber ich denke... Genug geredet. Ich bin der Anführer des Ordens und erteile dir einen Befehl. Such dir zwei Freunde und warte hier auf mich. Sprich mit niemandem über die Sache. Wegtreten. Wann... wann werdet ihr wieder zurück sein? So schnell wie möglich. Aber ein paar Tage kann es schon dauern, bis ich weiß, um welche Insel es sich handelt. Der Gremlin hat mir gesagt, in seinem Geheimkeller sei ein Buch versteckt, das den Weg zum Aufbewahrungsort des Artefakts beschreibt. Tatsächlich? Das ist gut zu wissen. Das lief doch besser als erhofft. Ein teuflischer Plan, Munkus. Gut gemacht. Du kennst nun den Aufbewahrungsort des Artefakts. Und der echte Erzmagier wird dir noch einige Tage von der Pelle bleiben. Mutter hält ihn auf Trab. Sie hat alles aufgefahren, was sie an dunkler Magie zu bieten hat. Wenn er wiederkommt, wirst du längst das Artefakt des Schicksals in den Händen halten und Seefels wird brennen, genau wie jede andere Stadt der Allianz. Oh Mann, gestern habe ich noch Fußböden gefegt. Heute bin ich Diplom-Magier und Teil des größten Abenteuers seit Ritter Tilos Kampf gegen das Brokkoli-Monster. Ein Artefakt, das unbegrenzte Macht gibt. Hoffentlich erfahren die Schatten nie etwas davon. Solch ein Ding in ihren Händen würde wahrlich das Ende der Welt bedeuten. Aber dazu wird es der Erzmagier nicht kommen lassen. Ich suche mir zwei Mitstreiter und warte hier auf ihn. Ah, so, da bin ich wieder. Gut, also irgendwie kam mir dieser Magier sowieso gleich sehr seltsam vor. Und diese Lache eben, die ist, also, wow. Warum kann ich nicht auch so lachen? Ach, du Schande. Zwei Mitstreiter, also... Das da, das sieht schon toll aus. Ich, was ist das da? Bei den Göttern. Ui. Das ist eine Orgfrau. Hier, in der Stadt der Menschen. Und sie hat einen von ihnen gefangen genommen. Ich muss der Stadtwache Bescheid geben. Und Meister Markus. Gemeinsam müssen wir kämpfen bis zum letzten Tropfen Blut und... Ich kann dich hören. Bleib da stehen. Ich, ich bin ein Magier. Das sehe ich. Ein gefährlicher Kampfmagier. Das wage ich wiederum zu bezweifeln. Kann sie in ein Fass scharf verwandeln, also... Was willst du hier? Und wie bist du hierher gekommen? Eine Menge Fragen. Warum sollte ich sie dir beantworten? Ihr Name ist Elisabeth. Sie ist für die jährliche Schönheitskonkurrenz hergekommen. Und gebracht hat sie ein goldener Pegasus namens Bob. Ein Pegasus ist das immer weißen heißen Hip-Hop. Och, sag mal mal, höflich. Schön, dich kennenzulernen, Elisabeth. Mein Name ist Wilbur. Ich bin eine Kopfgeldjägerin und nur auf der Durchreise. Die dürfen Kopfgeldjägerinnen denn hier einfach anlegen? Allerdings. Kopfgeldjäger und Händler sind in diesem Krieg neutral. Die Kopfgeldjäger wollte nur niemand haben. Ich warte nur auf Jörge mit meinem Proviant. Dann bin ich wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber dieses Flugschiff könnte exakt das sein, was ich für meine Expedition brauche. Mit wem hast du gerade gesprochen? Ähm, mit niemandem. Sie heißen also nicht Elisabeth? Man nennt mich mal Sass. Oder wahlweise auch Zuckerschnute, die kühle Grüne oder auch einfach Duda, junger Mann. Und sie ist eine lausige Kopfgeldjägerin. Stimmt. Ich fasse nur Volltorte, die noch dümmer sind als ich. Ja. Wohin wollen sie denn ihre Gefangenen bringen? Das geht dich kaum etwas an, Zwerg. Sie wissen es. Und das ist genug. Ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Richtig so. Lass dir nichts beten. Verwandle sie in ein Schaf. Ich kann nur Kaninchen in so eine Art Schaf verwandeln. Toll. Das ist hilfreich. Ich muss weiter. Das war bisher hilfreich. Wenn du den Grämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Okay. Wenn ich das jetzt endlich mal... Ein großes Netz? Es könnte ein Fischernetz sein. Oder vielleicht auch ein Netz, in dem man Waren eingewickelt hat. Nimm es einfach mit. Dankeschön. Seil. Ein aufgerolltes Seil. Man sieht ihm an, dass es schon oft benutzt wurde. Auch mitnehmen, bitte. Was glaubst du, was du da tust? Das ist mein Seil. Na und? Dein Seil? Es gehört zu Mary und damit ist es mein Seil. Vielleicht hast du es noch nicht ganz verstanden. Das Schiff gehört dir nicht mehr. Es gehört jetzt mir. Nur über meine Leiche. Eben. Wem auch immer das Seil gehört. Mir gehört es nicht. Entschuldigung. Achso. Transportballen. Ein Transportballen. Sieht schwer aus. Vielleicht gepresste Baumwolle oder so etwas. Wir haben mir die falschen Koordinaten gegeben. Die Koordinaten waren korrekt. Ja, toll. Und so ein verfluchtes Org-System. Sieh mich an. Bin ich aus wie ein Org? Vielleicht hätte man mir die Daten fürs menschliche Koordinatensystem geben sollen. Vielleicht hättest du einfach zugehört, als dir das lang und breit erklärt wurde. Ich bin seit 15 Jahren Kapitän. Ich muss mir sowas nicht erklären lassen. Ganz offensichtlich schon. Spätestens als du in der Hochzeitstorte gelandet warst, hätte dir auffallen müssen, dass das kein stinkzoten Hauptquartier war. Brautjungfern sahen verdächtig aus. Ach, deswegen hast du sie einer Leibesvisitation unterzogen? Ja. Unter der Planke geht's ein gutes Stück abwärts. Ich würde mich da nicht draufstellen. Das kann sie mir nicht in die Schuhe schieben. Nein, natürlich nicht. Der Schaub ist einfach davon geflogen. Ich kann mit der Planke nichts anstellen, solange die Kopfhörsjägerin auf ihr steht. Aber eine ganze Herde von diesen Rindviechern und irgendetwas muss ich dem Tauchenhäuptling doch geben. Vielleicht hättest du dich nicht in ihrem heiligen Teich. Hi. So. Ich bin Wilbur. Wer sind sie? Jemand mit einem kleinen Problem, wie du siehst. Könntest du mir einen Gefallen tun und der grünen Lady dort eins über den Schädel ziehen? Komm schon, Nate. Ich tue hier nur meinen Job. Dummerweise wird mir das den Hals kosten, oder? Anzunehmen. Sind sie ein Pirat oder so etwas? Nein. Ja. Das wird mir manchmal unterstellt, aber ich bin ebenso wenig Pirat, wie Massassi eine Balletttänzerin ist. Ich bin Kapitän dieses stolzen Schiffs, der Mary. Ich bin freiberuflicher Schatzsucher. Ein Betrüger bist du! Und du bist eine fürchterliche Balletttänzerin. Ich mag Ballett. Schatzsucher, eben. Sie suchen professionell Schätze? Dann kennen sie sich mit untergegangenen Tempeln und so aus? Natürlich. Ich habe alle Himmel bereist. Bin ans Ende der Welt gefahren, habe gegen die Zyklopen gekämpft. Und Dinge gesehen, die man lieber nicht sehen möchte. Massassi zum Beispiel. Mal angenommen, ich müsste zu einer bestimmten Insel und würde ihnen die Insel auf einer Karte zeigen. Könnten sie mich dorthin bringen? Abgesehen davon, dass ich in einem Käfig sitze? Sicherlich. Dann müssen wir sie befreien. Ich bin auch noch hier. Und? Was hat das damit zu tun? Bis bald. Mach's gut, Kurzer. Gut. Also wenn ich noch richtig weiß, ist er... Nate ist ein Schatzsucher und hat sein eigenes Schiff. Einer wie er könnte genau richtig für mein Team sein. Eben. Aber wie komme ich an der Orgfrau vorbei? Und das auch noch ganz alleine? Bist doch ein mächtiger Zauberer. Naja, wie gesagt, also ich glaube... Er ist einer der anderen drei, die man dann spielen kann. So, mal mit... Können wir noch mal mit ihm reden? Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte nicht neugierig wirken. Dann was ist das da? Ich habe so ein Wesen noch nie gesehen. Es hat Ähnlichkeit mit diesem Dämon aus dem Wirtshaus. Vielleicht ist es aber auch nur ein Tier. Na, ich weiß ja nicht. Es könnte so eine Art Otter sein. Ein Stachelotter. Mhm. Ich glaube, das ist das Vieh oder wie das heißt. Aber naja, man wird es ja noch ausfinden, denke ich mal. Als Bergbewohner kenne ich mich mit Schiffen nicht so aus. Aber das nennt man ein Ding. Verstrebung. Ich weiß nicht, wofür das Rohr gut ist. Aber es hat etwas mit Luftschiffen zu tun. Ich könnte mir vorstellen... ...das irgendwie losmachen. Auf sie drauf. Sie fällt durch die Blanke. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, gut. Okay. Das kennen wir ja. Brunnen. Das ist... ...meine Schuld? Sehr... ...interessant. Ja. Ich weiß nicht, was das im Brunnen darstellen soll. Aber ich hoffe, mir wird so etwas niemals begegnen. Oh, macht's ja. Ansonsten... Ah ja, ja. Oh, warte. So ein Ding hat auch Herr Schildträger unten am Tor. Ich schätze, früher liefen hier Dutzende Wächter durch die Stadt. Ich bin seit 15 Jahren Kapitän. Kein Kämpfer. Und selbst wenn, ich könnte das Ding wohl höchstens als Pflanze verwenden. Spätestens als du in der Hochzeitstorte gelandet warst, hätte dir auffallen müssen, dass das kein Stinkzotten hat, Gott hier war. Der Balken trägt... Gut, sonst muss man dir noch irgendwie... Ah, seid still. Aber ich kann sie trotzdem nicht nach oben lassen, meine Liebste. Ich sage es noch einmal. Ich muss dem Erzmagier ein Buch geben. Es ist wichtig. Ich weiß nichts von einem Buch. Und glauben Sie mir, was der Erzmagier zurzeit tut, ist viel wichtiger als ihr albernes Buch. Aber... Ende der Diskussion. Nur Diplommagier oder Leute mit einer Einladung des Erzmagiers dürfen in den Turm. Und, um genau zu sein, momentan noch nicht einmal die. Tut mir leid. Ja, darf ich wieder? Ah, Cheep Cheep. Ein bunter Vogel. Wenn es nicht unmöglich wäre, würde ich sagen, er schaut mich vorwurfsvoll an. Hallo. Hm, hi. Du bist eine Elfe, oder? Ja. Und du bist, äh, so eine Art Waldkobalt? Ich bin ein Gnom. Wilbur Wetterquartz. Meister Wilbur Wetterquartz, mein Name. Du bist Magier? Mit Diplom. Dann darfst du rauf in die obere Stadt und in den Magierturm? Ich komme gerade von dort. Kannst du mich dorthin raufbringen? Wer sind sie? Mein Name ist Ivo Dora Eleonora Clarissa, Prinzessin vom Silberwaldreich. Ui. Ihr seid wirklich eine Prinzessin, Frau vom Silberwaldreich? Nenn mich Ivo. Der da heißt Cheep Cheep. Ich habe zufällig gehört, wie Sie mit der Stadtwache über ein Buch gesprochen haben. Wollen Sie das zum Erzmagier bringen? Ich muss. Es ist sehr wichtig. Kann es sein, dass Sie dieses Buch aus dem Geheimkeller eines Gremlins haben? Eines Gremlins, der kurz zuvor über dem Weißkammgebirge abgeworfen wurde? Raus aus meinen Gedanken, Magier. Sie haben mir den Professor beinahe auf den Kopf fallen lassen. Er hat mich mit einer geheimen Nachricht hierher zum Erzmagier geschickt. Konntest du ihm die Nachricht bringen? Ja, konnte ich. Sie war sehr beunruhigend. In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. Ja, der Gremlin meinte etwas in der Richtung. Er war sehr besorgt. Er hat allen Grund dazu. Der Erzmagier ist fort. Er versucht herauszufinden, wo genau das Artefakt versteckt ist. Und ich soll es dann holen. Heimlich, still und leise. Zusammen mit zwei Freunden. Aber hier in diesem Buch steht, wo das Artefakt zu finden ist. Nur weiß das der Erzmagier leider nicht. Ja, dann. Diese ganze Geschichte ist zu groß für einen Gnom. Ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Ich sollte zu Hause im Elfenhain sein und mir die ewigen Monologe von Onkel Ignacio anhören. Ich bekomme so schon genug Ärger. Aber verstehen Sie nicht? In dem Buch steht, wo ein Artefakt mit göttlicher Macht versteckt ist. Der Erzmagier sucht gerade genau nach diesen Informationen. Dann nimm das Buch und warte hier auf ihn. Und wenn die Schatten schneller sind als wir? Was, wenn Sie die Informationen aus dem alten Gremlin herausgepresst haben, bevor der Erzmagier zurück ist? Ja, was ist dann? Sollen wir allein gegen die Schattenarmee kämpfen? Worum geht es hier überhaupt? Was will die Schattenarmee in die Finger bekommen? Tja. Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wie wäre es damit? Ich bringe Sie irgendwie hinauf zum Magierturm. Dort zeige ich Ihnen die Nachricht des Professors und... Und dann werde ich entscheiden, ob ich dabei bin oder nicht. Abgemacht. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Okay. Gut. Die Elfe sieht ziemlich mürrisch aus. Ich dachte immer, Elfen stünden über den Dingen. Diese anscheinend nicht. Der anscheinend. Okay. Dann. Wende ich, glaube ich, mal diese Folge, bevor das hier noch weiter Ärger macht. Also dann, bis demnächst. Ciao.